So gesehen sind es eigentlich nur noch eine Folge dran und dann ist Wednesday eigentlich schon vorbei. Ohne viel zu schnack machen wir warten mit Folge 7. Folge 7 beginnt mit der Beerdigung vom Bürgermeister. Auf der Beerdigung bemerkt Wednesday jemanden, der hinter den Bäumen steht. Als sie diese Person hinterher rennt, entpuppt sich diese Person als Onkel Fester. Er sagt, dass Gomez mal nach ihr gucken sollte und anscheinend passt ihm das gerade auch, da er sich eine Geringe zeigt oder tauchen muss. Als sie bei den Tsum Tsum Häuschen sind, weist Fester darauf hin, dass das Monster ein Heid ist. Fester erwähnt auch ein Tagebuch, das Fakten über Heide in sich trägt. Es soll im Safe sein, dass im Versteck der Nachtschatten ist. Als sie sich im Versteck treffen, öffnet eiskales Händchen das Safe. Im Buch steht das Heid auf einem Meister bzw. Herrchen hören wie ein Hund. Er kann sich nur in einer Heid verwandeln durch Hypnose oder auch durch ein traumatisches Ereignis. Als man ihn zur Hütte von Xavier geht und auf ihn trifft, hat Fester ein Peilsender verpasst und man kann sehen, wie Xavier und sich die Therapeutin trifft. Als sie das der Direktorin sagen möchte, ist die Therapeutin schon da und unwissenhaft hält sie Wednesday auf, das zu sagen, was sie sagen will. Als die Direktorin nochmal nachfragte, ging Wednesday einfach. Im Café sagt Wednesday, dass die Therapeutin Xavier mit Hypnose manipuliert und ihn zu Heid werden lässt. Im Café ladet Tyler Wednesday nochmal für ein Dinner ein und küssen sich fast sogar Ava, sein Vater, kommt reingeplatzt und Wednesday geht wieder in ihr Zimmer. Im Zimmer sieht man, wie alles verwüstet ist und sie findet auch eiskolltes Händchen, wie er abgestochen an der Wand hängt. Als er von Fester wiederbelebt wurde, geht Wednesday zur Direktorin und sagt ihr, was passiert ist. Als die Lehrerin gehen soll, reden sie darüber, dass die Direktorin schon von Anfang an wusste, dass es ein Heid war, das die Morde begeht. Morgens hat Bianca Wednesday zum Versteck gebracht, wo Luke ihr Autopsie-Berichte übergibt, die von Laurel Gates stammt. Sie beweisen, dass sie noch am Leben ist, aber mit einem Decknamen. Als Wednesday dachte, dass es die Therapeutin ist, wird sie vom Heid angegriffen und stirbt noch im Krankenhaus. Abends als Xavier in die Hütte geht, feitert Wednesday schon auf ihn und konfrontiert ihn mit Beweisen, dass er vermutlich der Heid ist, der auch ein Bild von der Therapeutin gemalt hat, mit Kratzsprungen im Gesicht. Als sie sich in der Hütte umschaut, findet sie auch noch Gegenstände von den Opfern des Heids. Als er sich Wednesday nähert, kommt die Polizei rein und verhaftet Xavier. Abends als sie wieder in ihr Zimmer geht, zieht sie, wie Enid wieder in das Zimmer einzieht. Enid hat auch das Date mit Tyler mitbekommen, unerwähnt auch, dass Tyler heute die Spätschicht hat. Als Wednesday bei einem Kaffee ankommt und beide sich küssen, bekommt Wednesday eine Vision, wie Tyler der Heid ist und die Therapeutin getötet hat. Als die Version endete, haut Wednesday so schnell wie möglich ab. Das war das Recap zu Folge 7, das ist echt, glaube ich, die kürzeste Folge. Da ist auch wirklich nicht viel Spannendes passiert, obwohl die Folge auf fast eine ganze Stunde gegangen ist. Auf jeden Fall, das war das Recap zu Folge 7. Ich hoffe es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal.